Guten Tag, hier spricht wieder euer Pedal Gaming und hier stehen weiter die Krieger im Flair. Da wurde man sie durch den Garten, da war ich hatte, und wurde weggebracht. Dich mich Lynne und sie nahmen, damals im Hinen. Sie hatten mit mir die Rekith und Schu-Sui. Sie haben sehr eine schöne Zukunft, Schu-Sui. Alter, aber das sind ja wieder Gespräche, was wir hier wieder mitbekommen haben. Ey, Mann, ey, siehst du, das habe ich jetzt auch schon, das muss man jetzt sagen, dass Kuyo gefährlich ist, das weiß ich schon länger, sieht man ja schon, dass er so gefährlich ist. Weil er ja so viel zache macht, hinter einem Auge von anderen, dass da wirklich irgendwas Gefährliches vorhat, irgendwas hat, aber hoffentlich filmen das ich bald raus, weil sonst immer ein saugrooses Problem, Leute, wenn es mit rauskriegen wird. Genau, irgendwas läuft jetzt bald, Leute. Aber was läuft jetzt bald? Das sieht irgendwas laut von. Aber was ist jetzt richtig spannend? So, Leute. Was hier falsch läuft, nun? So, Leute. Jetzt gehen wir erst mal um zu. So, Andere gesetzt, bitte nehmen uns. Ja, aber das ist klar, dass wir ein bisschen abgeben. Speichern wir sicher, jetzt halt noch mal wieder nehmen. Und platzieren wir auch, meine Probleme, echt mehr platzieren. Das war ja unser altes Ausbild. Manchmal überlege ich noch, ob ich die Ausbild noch nehme. Aber überlege ich, ob ich doch die wieder nehme. Und hier finde ich nicht zu brauche. Bin ich schon echt wie bei mir, glaube ich nicht zu brauche. Die habe ich ja auch gerne genommen. Die habe ich nicht. Aber eh. Alter, man. Das ist jetzt irgendwie ein Problem. Was passiert mit ihr? Mit unserem Haus hier? Das ist schon heftig. So. Ich glaube, Leute. Mehr reden erst mit ihnen noch, Leute. Ich glaube, Leute. Mehr reden erst mit ihnen noch, Leute. Das ist sie nicht sicher. Wenn man beide drinnen auch schon, was ich war. Und dann bin ich schon. Tschüssi und ich hatte gute ganze Zeit. Ich hab mich das ganz wichtiges Filmen aufgehört. Ich bin nicht. wo ich auch schon wissen. Ich bin in meiner Zeit. Ich bin. Ich bin in meiner Zeit. Aber es bleibt nur nur eine Person. Das ist mein letzter Schritt. Schau mal. Es gibt die Welt, wenn du dich wählst. Aber es ist noch nicht so, dass du dich wählst. Aber wenn du dich wählst, wirst du dich zurückkehren. Ich bin ein Barscher. So, machen wir die nicht hier noch, Leute, das denke ich mir. Da haben wir noch ein paar Missionen gehabt. Noch ein bisschen was zu machen. Ist immer schön drin. Kann man noch ein bisschen kämpfen, immer. Eine elle Eine Oh Gott, geht's, Leute, ich hab noch 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 noch, noch ein bisschen, holen wir mal an hier. Ja, das ist ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mann. Das war's für heute. Ja, das sind jetzt heftig, was man jetzt mitbekommen haben heute. Oh ja, das war's. Ja, das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, super, leider Aber wir kämpfen, leider Aber wir kämpfen, leider Aber wir kämpfen, leider Aber wir kämpfen, leider Und 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 wir kämpfen, leider Aber wir kämpfen, leider Und wir kämpfen, leider